Es ist auch kein Weihnachtslied, aber es ist ein sehr cooles Lied, das ich unbedingt spielen wollte. Weil es auch nicht ursprünglich nur ein Lied ist, sondern es ist geschrieben von zwei Leuten. In einer Zeit, in der Corona war und diese Leute arbeiten in einer Branche, die davon sehr stark betroffen war, haben in dieser Zeit dieses Lied geschrieben. Das heißt, versetzt euch mal anderthalb Jahre zurück. Alles war zu, die Hoffnung stark, sie war quasi am Boden und es war sehr dunkel. Und dieser Song macht mir ein bisschen Bestandsausnahme und es blickt optimistisch in die Zukunft. Und da freue ich mich wirklich sehr auf. Ich muss mich mal einfach kurz ausziehen, um das Wissen zu reden. Wir haben noch Wörtchen. Das ist eigentlich der Leute von Lohr. Ja, das ist der Leute von Lohr. Wir haben noch ein bisschen Lohr. Wir haben noch ein bisschen Lohr. Ich bin Lohr. Wir haben noch ein bisschen Lohr. Das Herz geht fort, das Feuer brach, der Hungergross geht aus. Der Wind voll dauer, der Marsch umsonst, die Helden schuhen. Die Sehnsucht bunt, die Helden grau, die Sitze leer, die Weichen grau. Der Weg zu dem verheißnen Ort ist längerer als jemals zuvor. Die Helden sind weinig. 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 Nicht weinig? Warum singen wir eigentlich nicht? Sing ist gut, sing macht gut. Okay, du meinst, nur wenn wir hier zu singen ist alles gleich wieder besser? Ja, natürlich, mein, hast du mal? Mary Poppins gesehen, die singen, die hab ich gesagt. Ja. Wenn Kino was Gutes es tut, ist es mehr ein Filmchen von dir aber rumstehen soll, mag ich dich ehrlich, das Kino entwerde ich? Wenn wir hier nur rumstehen und das ist, wird nichts in dem Helden, das war ich gesagt. Beklagen möchte ich weg, wir sind keine Frechstrebaten, auch Leute, die kommen nicht heute, es wird dabei bleiben, dass erkenntnisbereit wird nicht in der Reise, nur umschuldig ausweiten, das ist nichts für uns beiden. Wie kannst du das sagen? Ich will schon seit Tagen mit dir immer schreien, aber auch noch um so einer der Reise, der weiß, der soll nicht den Weg, ich hab keine Achtung, ich muss mich hoch, mach weh, du dich weg, die Leute mit siegen lassen, wenn's weg mit den Helden durchdrehen, ich soll nicht sagen, verperrt man abg, am Knochen am ein halblichen Wort gefack, mal mit mal wackeln, die Logik, der Sack, dann will ich das Seelricht, die Stadt stehen, und ich hab mein TikTok in Schentikord. Ich mach' ne Röne-Knecke, jetzt eigentlich seine Reichweite, ich bin der, 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 Und deswegen gehen wir da rein. Wir wollen da an der Leibnacht rein. Avataren und Gefahren und Gefahren und Gefahren und Gefahren und Gefahren. Auf den Kanaren. Du hattest auch recht gefahren, ey. Auf den Plan, oder? Nein. Jeder ist ein kleiner Held. Die Regeln sind nicht aufgestellt. Das Übung hat mich John McLean. Wir sind die Helden, die ihn seht. Die Helden, die wir. Der Ort von Haus, sie sind dort. Wir alle treten an diesem Ort. Ein Tag für alle, die dran glauben. Denn jetzt ist nur für uns gestorben. Der Raum und Gefahren, die Wand ist hell. Wir kommen in der großen Welt. Dann sind wir wieder alle hier. Und wenn Gott trinkt mit uns ein Bier. Die Helden, das sind wir. 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 Wir werden uns bald wieder sehen. Bald wird es wieder weitergehen. Wir werden unsere Filme drehen. Wir werden uns im Kino sehen. Die Helden, das sind wir. Die Helden, das sind wir. Wir werden uns bald wieder sehen. 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 Vielen Dank.